yogini asana die stellung der yogini yogini wird heute verwendet als weibliche person die yoga übt wenn frauen yoga üben wird man sie als yoginis bezeichnen yoginis sind auch die bezeichnung von weiblichen yogameistern in der indischen mythologie ist es yogini auch die bezeichnung für einige gottinnen oder auch für frauen mit magischen kräften und es gibt verschiedene asanas die als yogini asanas bezeichnet werden garote in seinem enzyklopädie of traditional asanas erwähnt dort eine davon und raffaella zeigt wie sie geht wobei sie auf zwei weisen interpretiert werden können gibt die fußsohlen zusammen und dann gibt die fersen unter das perineum und gibt dann die hände auf die knie und schaue zum punkt zwischen augenbrauen zweite möglichkeit und das ist die populärere gibt die fußsohlen zusammen die fersen in vor die vor das schambein und gibt dann die hände auf die knie und schaue zum punkt zwischen augenbrauen auch dieses yogini asana die stellung der yogini